Promi-Geflüster wieder mit einer ESC-Ausgabe. Ihr wisst ja, liebe Freunde, der ESC, der deutsche Vorentscheid, steht demnächst wieder an. Am 16. Februar ist es soweit. Da sind acht Kandidaten an der Spitze sozusagen, die feststehen schon. Und in Kürze wird auch noch ein neunter Kandidat oder Kandidatin hinzukommen mittels einer Wildcard. Und dann ist das Ganze komplett. Und einen Kandidaten, den stelle ich euch heute wieder vor, Isaac, so heißt er. Und ich sage mal Hallo und Herzlich Willkommen. Servus. Genau, also du bist ein Kandidat beim großen ESC und dein Titel Always on the Run, also eigentlich immer in Bewegung, oder? So ungefähr. Immer auf der Flucht. Oder auf der Flucht, genau. Genau. Warum auf der Flucht? Was hast du damit auf sich? Na, ich fliehe vor meinen eigenen Fehlern. Das ist das Grundthema des Songs, dass ich quasi immer am Rennen bin vor Sachen, die ich mein Leben lang immer versäumt habe und mich immer auf Sachen konzentriert habe, die zwar auch wichtig sind, aber Spaß machen und Sachen, die wichtig waren und nicht so Spaß gemacht haben, habe ich immer, naja, so ein bisschen liegen lassen. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwann zu einem großen Tohuwabohu aufgebaut, wie man so schön sagt in Norddeutschland. Und vor dem renne ich die ganze Zeit weg und laufe in Richtung Licht und hoffe, dass ich das irgendwann erreiche und dass sich dann das Gewitter auflöst. Aber ich weiß auch nicht, ob das so gut ist, wenn sich der ganze Trouble auflöst und was dann mit mir passiert und ob ich dann meinen Antrieb los bin. Also es ist sehr viel Selbstzweifel, sehr viel Schmerz, sehr viel Enttäuschung. Musstest du das tatsächlich am eigenen Leib sozusagen erfahren oder diese Selbstzweifel? Definitiv. Definitiv, ja. Ja, definitiv. Ich denke, jeder hat immer wieder mit Selbstzweifeln zu tun, vor allem, wenn es irgendwas Kreatives ist. Der Song fängt auch an mit I'm nothing but the average. Also ich bin nichts außerhalb durchschnittlich. Ich bin einfach der Durchschnitt, dass irgendwie jeder was Besonderes sein will und niemand sich irgendwie so besonders fühlt. Man merkt das ganz oft. Ich habe immer das Gefühl, gerade so in der Kunstbranche oder in der Musikbranche, ist halt immer so, jeder kann immer ganz einfach Kunst bei anderen so wertschätzen. Aber wenn es darum geht, seine eigene Sache wirklich als Kunst anzusehen, da kenne ich keinen, der sich damit wirklich leicht tut und sagt, nö, das ist super kreativ, das ist super künstlerisch, das ist ein richtig tolles künstlerisches Werk. Das trauen sich die wenigsten zu sagen über sich selbst. Ja, klar. Logisch, klar. Man muss auch erst mal sein Publikum, denke ich mal, irgendwo finden und auch entsprechend dann vortragen. Wobei du ja schon recht früh angefangen hast, glaube ich, auch als Straßenmusikant sozusagen, um dort dein Publikum zu bekommen. Wie war das da? Ja, da hatte das, ich habe halt wirklich früh angefangen, mit so 12, 13 habe ich das erste Mal Straßenmusik gemacht. Und damals haben einfach viele verschiedene Faktoren irgendwie da mit reingespielt. Zum einen war das die Tatsache, das erste Mal Straßenmusik gemacht habe ich mit meinen Eltern im Urlaub als kleiner Junge. Und das war natürlich todlangweilig für mich, weil meine Eltern hatten nie viel Geld. Und die sind dann gerne im Urlaub in irgendwelche Altstädte gefahren, um sich die Architektur anzugucken, weil das nichts kostet und weil die das auch interessiert hat. Aber so einen kleinen 12, 13-jährigen Jungen, das ist ja furchtbar, furchtbar langweilig. Und die erste Situation entstand einfach daraus, dass ich morgens, wo wir am Tisch saßen, beim Urlaub in der Ferienwohnung, wo wir gewesen sind, dass sie halt hier eine Tagesplanbesprechung gemacht haben. Und ich war natürlich extrem empört über den Plan, in die Stadt zu gehen, zu bummeln. Und ich hatte meine Gitarre natürlich dabei und mein Vater, so eigentlich spöttisch, das war nur so ein Joke von dem, hat er zu mir gesagt, ja dann du nimm doch deine Gitarre mit und mach doch Straßenmusik. Und er hat halt im Leben nicht damit gerechnet, dass ich von der Idee mehr als überzeugt bin. Ja man, geile Idee, mach dir mal einen langweiligen Scheiß, ich stelle mich in eine Fußgängerzone und spiele Gitarre, was soll's. Genau das habe ich dann gemacht. Und das war halt einfach so, es gab zum einen die Wertschätzung von den Leuten und ich habe auch das erste Mal mit dem Geld verdient, was auch ein riesiges Ding war für mich, weil ich nie irgendwie Taschengeld bekommen habe oder so. Und so als 13-Jähriger, ich weiß nicht mehr genau, was da irgendwie, ich habe da irgendwie eine halbe Stunde Musik gemacht und das waren dann, was weiß ich, 20, 30 Euro. Das war, für mich war das krass, Alter. Ich war total begeistert davon und auch, dass ich so viel Zuspruch bekommen habe und so weiter und so fort. Und dann habe ich von dem Zeitpunkt an irgendwie gedacht, das mache ich jetzt öfter. Und dann hat sich das irgendwie zum Alltag entwickelt, ziemlich schnell. Okay, sehr gut. Ja, und dann gab es dann auch die eine oder andere Castingshow, wo du teilgenommen hast und da natürlich auch ganz gut dabei warst, ne? Ja. Aber du siehst zumindest mal präsentieren, konntest du wieder in einem größeren Publikum. Ja, genau. Also X-Factor war ja so das erste Ding, wo ich mitgemacht habe. Da bin ich aber nicht super weit gekommen. Also da war ich irgendwie, also einen genauen Platz konnte man mir nicht mal zuordnen, weil ich mit so einer Masse irgendwie, also es waren irgendwie, wenn ich mich richtig erinnere, ist jetzt natürlich auch schon, weiß ich nicht, 2011 war das. Also es ist jetzt fast 13 Jahre her. Ja, ich glaube, ich bin halt eine Runde weitergekommen. Dann war man im Bootcamp und da waren wir, glaube ich, zu Anfang 150 Leute. Und am zweiten Tag sind gleich 100 Leute rausgeflogen. Da war ich noch mit drin. Und dann wurde nochmal die Hälfte aussortiert. Also von den 50 sind dann nochmal 25 gegangen worden. Und da war ich dann mit unter. Und da kommt dann natürlich auch das Thema wieder zur Geltung, Selbstweifel. Hat man was falsch gemacht oder was hat man falsch gemacht? Nö, das hatte ich in dem Punkt gar nicht, weil ich war einfach so empört von diesem Konzept einfach, dass sie dann irgendwie, na, das war irgendwie auch fair jedem gegenüber, aber dann wurden halt irgendwie Songs den Künstlern da aufgetragen, welche sie singen sollten. Und du hattest da kein Mitspracherecht. Da hieß es dann, ich musste dann von Lady Gaga irgendeinen Song singen. Da bin ich dann noch weitergekommen und dann musste ich von U2 Vertigo singen. Und das war halt auch irgendwie gar nicht mein Taste und so. Und ich habe dann dementsprechend auch nicht geil abgeliefert. Und da habe ich dann, da fing ich dann nicht an, an mir selbst zu zweifeln, sondern war ich dann so, ja, das ist ja Quatsch, was sie ja gemacht haben. Das ist ja total, es gibt einen Musiker einen Song, den er nicht performen kann und dann kann er den nicht performen. Oh, Wunder. Also das war irgendwie, da fing ich, dadurch fing, ganz im Gegenteil, ich hatte nach diesem X-Faktor-Ding, hatte ich einen sehr starken Höhenflug. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, da habe ich mich gefühlt wie ein Gott. Und das war auch sehr gut, dass ich mich da so gefühlt habe. Das war total aufregend, so lokal. Und wenn ich bei mir in der Gegend irgendwo unterwegs war, jeder hat dich wiedererkannt und ständig wurde Sahne gequatscht. Und immer auf Partys hier, überall, irgendwo einen Cent ausgegeben, ständig wurde dir ausgegeben. Das war super, super geil, so. Und da dachte ich irgendwie, ich bin's. Und das ist dann halt sehr schnell abgeflacht. Und in einem Film habe ich mal den Satz gehört, Enttäuschung für die Seele ist gleich ein Gewitter für die Luft. Und das habe ich da sehr, sehr gut gespürt. Sodass ich dann gemerkt habe, okay, das bleibt alles gar nicht so, wie es ist. Und auf einmal komme ich wieder an einen Punkt, wo ich einfach wieder ein kleines Würstchen bin, wo sich keiner für interessiert. Und das hat mich so derartig runtergeholt. Und ich glaube, das hat mich für mein ganzes Leben irgendwie geprägt, geformt, dass ich irgendwie einfach gelernt habe, alles irgendwie ein bisschen ruhiger anzugehen. Und nicht jeden Hype irgendwie super, zu excited irgendwie gegenüber zu stehen und mich an gewisse Umstände zu gewöhnen. Sondern einfach immer, ja, einfach eine stabile Base um mich rum zu haben, auf die ich immer wieder zurückgreifen kann. Und die, wo ich wirklich sicher sein kann, dass das da ist und alles andere ist vergänglich. Ganz klar, ganz klar. Ja, wie sagt man immer so schön, wenn man mal oben ist an der Spitze, klar, man kann wieder sehr schnell runterfallen. Und das muss man, glaube ich, erst, oder müssen viele, glaube ich, erst verstehen lernen. Ganz genau. Ja, dann war noch Show Your Talent. Zeig dein Talent. Show Your Talent, ja. Genau. Ja, das war... Möchtest du da noch was dazu sagen? Oder sonst machen wir gleich den Sprung zum Europäischen Song Contest. Ja, also ganz kurz, das war auch so ein Ding, Corona, ich habe angefangen, meine eigene Musik zu veröffentlichen. Und ich dachte eigentlich, das wäre einfach nur so ein kurzes Ding, was irgendwie einen Abend geht, über drei Stunden oder so. Das hat mir ein Kollege das erzählt, meinte dann so, ey, melde dich da mal an, ich war da auch letztens. Und es geht irgendwie einen Abend, drei Stunden, da kannst du dich bewerben, dann kannst du da irgendwie vor den Fans von Knossi irgendwie einen Song vorsingen. Und der Gewinner kriegt die Plastikrone von ihm irgendwie nach Hause geschickt, so. Und dann habe ich mir natürlich nichts durchgelesen, habe ich dann angewählt. Und dann war das auf einmal so ein Riesending, so mit Amazon Music als Sponsor und irgendwie ganz viele verschiedene Termine und Finale in Berlin. Und dann, ja, aber dann irgendwie hat das alles sehr unverhofft sehr gut geklappt. So, war schon stark. War eine gute Sache dann, okay. Ja, genau. Und ESC, wann gab es da mal so deinen ersten Eindruck, wann hast du da wirklich so wahrgenommen, da ist ein Wettbewerb, da ist was? Boah, wann habe ich das wahrgenommen? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich auf jeden Fall, so meine allererste Erinnerung an ESC, wo ich ganz lange gebraucht habe, um zu realisieren, dass das ESC ist. Ich dachte damals, das wäre eine andere Sendung, weil ich noch sehr jung war. Das war nämlich genau der Auftritt von Max Mutzke. Da kann ich mich noch dran erinnern. Da war ich bei meiner Tante zu Hause und habe mal Fernsehen geguckt. Und dann war da dieser coole Dude mit einem Hut. Oder hatte der damals einen Hut drauf? Ich weiß nicht. Der saß auf jeden Fall auf dem Barhocker und hatte eine Gitarre auf dem Schuss. Das weiß ich nicht. Und das war irgendwie blauer Hintergrund, glaube ich, oder so. Ich habe es mir auch nicht nochmal angeguckt, sondern das ist wirklich nur tiefste, hinterste Kindheitserinnerung, wo ich halt, ja wie alt war ich da? 20 Jahre ist es ja, ne? Ja, also nach 20 Jahren dreht er jetzt wieder an, genau. Ja, acht, neun Jahre war ich dann da. Ja, neun Jahre war ich dann da. Neun Jahre alt. Das war so meine allererste Erinnerung. Aber da habe ich noch nicht gecheckt, was das für eine Sendung ist. Da war ich irgendwie. Und irgendwann, wir haben das mit der Familie dann halt auch geguckt. Meine Mama ist Isländerin. Okay. Und die ist halt so, immer wenn irgendwas läuft, wo Island mit am Start ist, dann ist sie immer sofort into it. Und beispielsweise auch die Fußball-EM, als Island dabei war. Vorher hat sich keiner in unserem Haus für Fußball interessiert. Kaum ist Island bei der EM, ist meine Mutter sofort so, oh, und dann hat die voll Fußball gefiebert, weißt du. Und dann saßen wir da immer vorm Fernseher und meine Mutter mit allem voran. Dann hat natürlich Island immer voll nach oben gehypt. Und immer, das war auch immer ein Excitement auf jeden Fall. Ja, das waren so meine ersten Eindrücke vom ESC. Genau. Dann, jetzt ist es dann eben quasi soweit. Im Oktober wurden ja die ganzen Musiker sozusagen aufgerufen. Bewerbt euch, schickt eure Texte ein und eure Musik und so weiter. Hast du da schon was in der Schublade gehabt bis dahin? Oder war das dann auch nochmal neu für dich, schnell was zu produzieren vielleicht? Oder wie auch immer? Also bei mir war das tatsächlich so, dass ich mit ein paar Jungs habe ich diesen Song geschrieben im Sommer. Und am nächsten Tag oder vielleicht noch am selben Tag war mir sofort klar, ey, das wird die nächste Single. Den muss ich unbedingt veröffentlichen. Also das wird unbedingt das nächste Ding. Und ich habe das dann auch meinem Label geschickt und habe das meinem Team gezeigt. Und die waren auch alle sofort Feuer und Flamme damit. Und waren alle so, ja, okay, komm, let's go, lass ihn direkt als Nächsten machen. Und wir hatten eigentlich ursprünglich schon Veröffentlichungen im Oktober, glaube ich, geplant. Und dann war das eben auch die Idee von meinem Label, dass sie mir geschrieben haben und gefragt haben, du, was hältst du davon, werden wir das einfach mal versuchen, das da vorzustellen beim ESC. Und ich habe da nicht so wirklich dran geglaubt, weil ich auch einfach so dachte, ja, ESC, das ist auch so von der Message ist es ja oftmals irgendwie so Get Up, Stand Up, One Love. Oder generell irgendwie irgendeine Message dahinter, die oftmals irgendwie liebevoll ist und die mit Zusammenhalt zu tun hat. Oder das war das, was ich immer so, den Eindruck, den ich immer so hatte von den meisten Songs, die zumindest von Deutschland dort irgendwie präsentiert worden sind. Aber ich war dann halt so, ja klar, lass versuchen, weil mein Song, der ist ja auch irgendwie mehr so Depression und irgendwie Stress und alles irgendwie dunkel und Gewitter. Und das ist ja irgendwie, aber dann hat das irgendwie, hat anscheinend doch funktioniert. Also irgendwie hat der Song doch was bei den Leuten ausgelöst. Genau. Er geht ja eigentlich relativ kraftvoll zu Gange bei dir. Also fängt es, wenn ich so richtig, ich habe bloß mal kurz reingehört, wenn ich so richtig drauf habe, fängt es ein bisschen balladenhaft an, aber wird dann immer aggressiver sozusagen. Naja, fängt der balladenhaft an. Also der hat auf jeden Fall von Anfang an direkt Rhythmus und ich bin auch gleich in der ersten Strophe und das hört man, denke ich, deutlich echt sauer. Also wirklich so, I am not the man the devil. Also es geht ja direkt zu. Okay, okay, genau. Ja, aber ist schon eher eine aggressivere Nummer sozusagen, ganz genau. Wie sieht es dann aus? Ist jetzt kein Heavy Metal. Ja, wirst du dann alleine auf der Bühne stehen bei der ganzen Geschichte oder hast du da noch ein paar Jungs dabei, so eine Band mäßig? Da sind wir noch in der Mache, das steht noch nicht so ganz fest, da sind wir noch am Gucken und am Überlegen und das kristallisiert sich jetzt alles hoffentlich die nächsten Tage aus, das werden wir dann sehen. Weil das ist ja auch immer wichtig, so das Ganze, die Bühnenshow drumherum, dass das alles passt. Ich finde das auch so schwierig, da muss man sich irgendwie entscheiden, muss man sich Gedanken machen. Ich bin ja erstmal generell nicht so der Typ fürs Visuelle, ich kann Musik und das ist nämlich das Einzige, was ich kann. Und sonst bin ich halt immer so, ich bin halt so am Schwanken zwischen zwei Extremen, entweder man macht so die Ruhe vor dem Sturm irgendwie, Fokus auf die Musik und irgendwie sehr minimalistisch oder es muss richtig knallen. Nein, es gibt für mich die Ewigkeiten dazwischen, ich weiß noch nicht, was es wird, wir werden sehen, keine Ahnung. Aber grundsätzlich, wenn du sonst Musik machst, wenn du Auftritte hast, begleiten dich deine Musiker, oder? Also ich spiele viele Auftritte solo auf jeden Fall. Ich habe auch schon immer gerne so Wohnzimmerkonzerte gemacht, das hat mir immer mit am meisten Spaß gemacht, dass ich irgendwie einfach mit einer kleinen Truppe irgendwie in einem Wohnzimmer oder in einem Garten oder auch mal in einer Garage oder so, je nachdem, wo halt irgendwie genügend Platz für ein paar Leute ist. Teilweise vor zehn Leuten, manchmal vor 50, manchmal vor drei. Also es ist in allen Größenordnungen irgendwie schon immer, in sämtlichen Kreisen immer wieder stattgefunden. Und dann bin ich tatsächlich schon seit, weiß ich nicht genau, zwei, drei Jahren immer wieder mal mit meinem Schlagzeuger am Touren, dass wir immer wieder mal hier und da Konzerte spielen. Und eine Band habe ich, ein paar Bandjungs habe ich auf jeden Fall auch am Start, mit denen wir jetzt so langsam mal anfangen wollen, alles ins Rollen zu bringen. Ja, sehr schön. Aber wie du auch vorhin schon sagtest, Corona hat ja da auch immer noch ein bisschen alles ausgebremst die letzten Jahre. Also ich denke mal, das wird jetzt erst so langsam wieder richtig anrollen, die großen Festivals und die größeren. Also weiß ich nicht. Also in meinem persönlichen Fall war Corona schon ein Boost, auf jeden Fall. Also mich hat das extrem nach vorne gebracht. Weil ich halt, ich habe vorher auch immer viel Musik gemacht, aber vor Corona habe ich zwar auch eigene Musik gemacht und auch mal irgendwie produziert. Aber ich habe nie die Zeit dafür gehabt oder mir nie die Zeit dafür genommen, Musik zu veröffentlichen, diesen Schritt zu gehen. Und ich wollte es immer irgendwie, weiß ich nicht, hatte irgendwelche Vorstellungen von, ach ich brauche noch das und ich muss noch hier. Und bin irgendwie ständig nur unterwegs gewesen, um irgendwie Covermusik auf Hochzeiten oder auf, keine Ahnung, Stadtfesten, Kneipen oder sonst irgendwas zu machen. Und war dementsprechend immer viel unterwegs und hatte absolut keine Zeit dafür. Und als Corona kam, hatte ich halt Zeit. Ja, klar. Da ging das für mich los, dass ich dann gesagt habe, ey, im März war Lockdown und im April habe ich meine erste Single rausgebracht. War kein geiler Erfolg, aber für mich war es ein super Erfolg. Ich habe halt meine erste Single rausgebracht. Und die hatte irgendwie im ersten Monat, weiß ich nicht mehr, vielleicht 10.000 Streams. Also das war für mich eine riesige Nummer, so riesig krass, wie geil. Und dann, da fingen alles irgendwie für mich an. Und mittlerweile mache ich mehr eigene Musik als irgendwie irgendwelche kleinen Coverjobs oder so. Genau, dann kommt natürlich auch noch hinzu, wie mobilisierst du deine Fans? Welche Social Medias sind da für mich präsent? Wo man sich auch antreffen kann, natürlich. Also antreffen kann man mich auf jeden Fall bei Instagram, bei TikTok, bei Threads neuerdings. Das ist der Raucherbereich von Instagram, wie man so schön sagt. Und YouTube natürlich bin ich auch am Start. Und das war es auch im Wesentlichen. Facebook hatte ich mal, aber da bin ich irgendwie, das ist mir auch zu viel. Ich weiß auch nicht, ob ich die Plattform, die ich jetzt so habe, alle so beibehalten werde. Weil das ist echt eine Menge Aufwand. Und eigentlich will man ja nur Musik machen. Eigentlich will man ja. Aber es gehört irgendwo dazu, natürlich. Genau, es gehört einfach dazu. Ein Stück weit. Und wie findet man dich da einfach, Isaac, eingeben? Oder Isaac, Musik, oder? Ja, meistens. Also Instagram, TikTok, Threads ist auf jeden Fall Isaac.Music. Und YouTube einfach, ich glaube, einfach Isaac, einfach Isaac. Oder wenn du Always on the Run eingibst, dann kommst du auch auf das Musikvideo. Dann finde ich immer das. Genau. Genau, ja. Ja, und jetzt so in den letzten Phasen, wie bereitest du dich vor auf den Vorentscheid? Gibt es da irgendwelche speziellen Rituale noch? Oder irgendwie ganz gelassen rangehen? Oder wie sieht es aus? Also mir wurde angeboten, so ein Vocal-Coaching zu machen über eine Zoom-Session. Ich hatte noch nie so ein richtiges Vocal-Coaching. Und deswegen habe ich gedacht, ich kann ja nichts kaputt machen. Und ist halt dabei, dann probier es mal aus so. Das machen wir auf jeden Fall. Und sonst, ja, machen wir viel Social-Media-Arbeit. Und ich habe mir für mich persönlich vorgenommen, zu versuchen, so viel wie möglich zu entspannen. Also genau diesem ganzen Trubel irgendwie entgegenzuwirken und zu versuchen, meinem Team so viel Arbeit wie möglich abzugeben. Dass ich einfach, also in meiner Traumvorstellung wäre ich auch genau in der Sekunde, würde wahrscheinlich nicht passieren, aber in der Sekunde, bevor ich auf die Bühne gehe, beim deutschen Finale vom ESC, würde ich gerne auf einer Liege liegen und mich massieren lassen. Also richtig, dass ich wirklich so auf einen Ruhepunkt komme, dass ich wirklich in absoluter Entspannung auf diese Bühne gehen kann und mich quasi nicht überhebe. Wenn ich da, wenn ich denke, das ist ganz wichtig, dass man da Ruhe bewahrt und einfach durch meditieren und durch tief durchatmen und sich auf den Moment konzentrieren und sich nicht zu sehr ausmalt, was passieren könnte und was nicht. Und ich glaube, da kann man sich, und ich merke das jetzt auch schon und habe von Anfang an das Gott sei Dank irgendwie gecheckt und gleich gemerkt, okay, da muss ich mich irgendwie versuchen, so gut wie möglich von fern zu halten, dass ich da nicht in so eine Gedankenspirale reinkomme und mir den ganzen Tag einen Kopf darüber mache. Weil es ist ja jetzt auch, man hat da jetzt auch extrem viel Energie reingesteckt und das ist so viel Arbeit da jetzt schon drin und wir waren so oft mit dem in Kontakt und wir sind schon quer durch die Weltgeschichte getingelt irgendwie. Und wenn das jetzt mit dem Vorentscheid nicht klappen würde, dann wäre das halt auch echt so ein, oh, das wäre schon für jeden mit Sicherheit. Nein, ich bin da nicht der Einzige, das wird jedem so gehen und egal wie hoch man den Kopf hält und ein ehrlicher und aufrichtiger Verlierer ist und dem Gewinner auch gönnt, dass er gewonnen hat, wird, denke ich, jeder, der da mitmacht, extrem enttäuscht sein, wenn das nichts wird. Und da muss man sich gedanklich, glaube ich, einfach krass von distanzieren, damit man so gelassen wie möglich, weil gelassen wirst du eh nicht sein am Ende. Am Ende bist du aufgeregt und scheißt dir in die Hose und um das Pensum an Hosenschiss so gering wie möglich zu halten, musst du halt krass chillen. Nee, das ist klar. Letztendlich kann nur einer gewinnen, einer kann nur nach Malmö fahren, nach Schweden und ja, man hat es nicht in der Hand. Man muss einfach das Publikum entscheiden lassen, ganz genau. Jetzt vielleicht so ganz grob mal, man kann ja die Titel irgendwo alle schon mal anhören. Ich weiß, ich glaube, oder ich kann mal denken, ihr habt euch bislang davor noch nie getroffen, noch nie gesehen, oder? Die anderen Teilnehmer. Ich habe Max Mutzke mal getroffen, tatsächlich. Den Max Mutzke habe ich getroffen. Mit Ausnahme natürlich, klar, denke ich mal. Jetzt, wenn, ausgenommen von deinem Titel, welchen würdest du so perforieren, hast du die schon mal reingehört? Ich habe reingehört, ja. Ich habe mir alle angehört. Ich, also ich glaube, ich bin halt, ich muss ehrlich gestehen, ich bin großer Alexander-Marcus-Fan. Okay. Und der Katzen-Song, der hat mich gleich gecatcht. Also der habe ich, ich bin halt auch ein ziemlicher Fan von so humoristischer Musik und auch so ein bisschen, das ist so schön freaky und das ist so, ich glaube, das ist mein absoluter Favorit. Entweder der oder auch dieses irisch klingende von Break, dieses Oh Boy, das finde ich auch sehr stark. Das hat auch noch was, ja. 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 Na gut, lassen wir uns mal überraschen. 16. Februar, da wissen wir mehr. Ganz genau. Mal gucken, was passiert. Richtig. Eine Sache jetzt noch, ich habe jetzt so ganz grob hinter dir, sehe ich noch eine Gitarre. Ist das jetzt sehr überfallmäßig? Nö, kurz das können wir machen. Wenn du da mal ein, zwei Takte aus deinem Song mal präsentierst, kriegt man das hin. So ganz, so ganz anklackt. Ja, na klar. Das kann ich machen. Sehr schön. Raus, ich mach mal rein. Na, guck mal, ist sogar halbwegs gestimmt. Oder auch nicht. War schon, war schon, hast schon erwartet, dass so was kommt, gell? Nö. Okay. Ready when you are. Okay. Let's go. Let's go. I am nothing but the average. Even though I'm special in store. I can't refuse, I'm going under. No one gives a shit about what's soon to come. What's soon to come. I know my blessing with the privilege of doing anything I want. But I don't feel like getting stronger. In my mind it starts again. I can't refuse. That can't be won. There can't be won. I'm always on the run, 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 run. Close but never turn, 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 turn. Oh. bring out when I'm free, lost in my own identity. I'm on the run, 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 run. I'm always on the run, 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 run Sehr schön. Herzlichen Dank. Ja, gut. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, wünschen wir dir auch viel, viel Glück. Drücken auch dir fest die Daumen. Wie gesagt, wir müssen ja hier auch ein bisschen neutral bleiben, aber trotz allem die Daumen drücken wir für alle. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Dass entsprechend dann Deutschland den richtigen Titel schickt. Genau. Also, dir alles Gute. Danke für die Zeit und sehr, sehr gerne. Wir bleiben dran. Ich gucke mal, dann verfolgen wir dich auf alle Fälle bei Instagram. Stark, Dankeschön. Bis dahin. Danke. Tschüssi. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.